Ladies and Channelmen, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Arma News. Mein Name ist Martin, wir haben heute einiges vor. Wir schauen uns ein Sitrep an, gehen auf das Arma 3 Addon Apex ein, gehen uns auf die Insel Tanoa ein bisschen ein, also auf die neue Insel von Arma 3, die rauskommen wird, schauen uns so ein bisschen allgemeine Sachen an, vielleicht im E-Meditor greifen wir mal auf. Wir gehen ein Community-Projekt formieren, also das Community-Event an. Wir schauen uns das Arma World Stream Event an, nochmal was jetzt war, gehen einen kleinen Rückblick ein, schauen uns auch Apex 3 ein. Wir haben heute sehr viel vor, mein Name ist Martin und das sind heute die News. Hier sind wir doch wie gewohnt mit einem Sitrep, und zwar heute schauen wir uns den Sitrep 00144 vom 23.02.2016 an. In diesem Sitrep, der vor einigen Tagen rauskam, gibt es allerdings nicht wirklich viel Neues, außer dass jetzt natürlich Bohemian Interactive sagt, wir sind jetzt auf der Road to Apex, Apex das Addon von Arma 3, was wir uns anschneiden werden nochmal, denn da habe ich einige Fragen bekommen und die können wir hier auch ganz gut beantworten heute, dazu aber später in der Beschreibung bzw. im Video. Dann geht Bohemian Interactive noch einmal auf den Eden Editor an, sie gehen auf ein Problem an, dass es manchmal keine Sounds gibt, dass es Probleme gibt, dass das Eden Update natürlich nicht fehlerfrei ist und sie am Problembehebung arbeiten. Außerdem erwähnen sie nochmal den Top 10 Audio Block, den haben wir ja bereits angeschnitten, im Eden Special haben wir uns das Ganze angesehen, gehen auf die neue Grafikeinstellung von Arma 3 ein und hier muss man vielleicht mal sagen, ja, ich persönlich habe sie noch nicht getestet, einen großen Unterschied merke ich persönlich noch nicht, aber ich denke der größte Grafikunterschied wird mit dem DirectX 12 Update beim Arma 3 Addon sein, vermute ich und dann geht Bohemian Interactive hier nochmal darauf ein, dass der Feedback Tracker stellenweise offline war, damit Warteschritten, das lag zum einen daran, dass Bohemian Interactive Sicherheitsprobleme hat, dass es Probleme bei dem Zugriff gab und sie das Ganze vorübergehend auch abschalten mussten und so weiter und so fort. Hier gehen wir auch auf einen Screenshot an, den sie jetzt gepostet haben vom Arma 3 Eden Editor, dazu schauen wir uns aber später im Teil Apex an, denn da sehen wir einen Bildschirmabgriff von Apex. Ansonsten gibt es nicht wirklich viel Neues, außer dass hier nochmal das Ganze angesprochen wurde, dass der Meilensteil, das Update Arma 1.56 erreicht ist und damit hat Bohemian Interactive hier eine gute Arbeit geleistet und einen guten Schritt nach vorne, denn der 3D Editor ist ziemlich genial und damit würde ich sagen, gehen wir zum spannenden Thema Arma 3 Apex über. Und zu Beginn sollten wir erwähnen, dass Apex jetzt endlich per Steam vorbestellbar ist. Diejenigen, die es über Bohemian Interactive vorbestellt haben, landet das Spiel natürlich automatisch in die Bibliothek. Das klappt wunderbar und hat funktioniert. Mit Arma 3 Apex möchte ich jetzt aber ein Thema anschneiden und zwar werde ich oft gefragt, ob sich das Add-on lohnen wird und ob es kostenlos sein wird, weil es im DLC-Paket sein soll. Nein, das ist es natürlich nicht, denn Arma 3 ist kein DLC, sondern es ist ein vollwertiges Add-on und das spiegelt auch der Preis von regulär 29,99 wieder, reduziert momentan für 23,99. Das ist eine heftige Summe, doch wenn wir an Operation Arrowhead von Arma 2 zurückdenken, ist das doch ziemlich cool, denn damit erwartet uns nicht nur die 100 Quadratkilometer große Insel Tanoa, die sehr, sehr cool und sehr geil aussieht, sondern auch eine Crew-Koop-Kampagne, also auch eine Kampagne erwartet uns. Es erwarten uns eine Menge Fahrzeuge, Waffen und viele Charaktere sind das Herz von Apex. Dazu erwarten uns natürlich Spielmechanikenveränderungen, denn die KI muss sich definitiv ändern. Dazu komme ich gleich nochmal ganz genau. Wenn wir uns einen Screenshot anschauen, muss sich das KI-Verhalten definitiv ändern. Deswegen ist mein Appell hier an euch, ja, dieses Add-on lohnt sich auf jeden Fall. Was die genaue Fraktion sein wird, da munkelt man noch ein bisschen. Ich vermute, es wird was Südliches sein, es wird was Chinesisches sein, denke ich. Ich denke, das würde ganz gut passen und ich bin gespannt, was da kommen wird, denn auch amphibische Fahrzeuge und größere Flugzeuge, verschiedene Sachen erwarten uns. Also hier arbeitet Bohemian Active auch sehr, sehr viel an den Mechaniken von Fahrzeugen und das ist allein schon ein Grund, warum man das Add-on kaufen sollte, denn wenn wir amphibische Fahrzeuge haben, diese richtig funktionieren, das muss man dazu sagen, die haben wir bereits jetzt, dann macht das Ganze vom Spielspaß nochmal viel her und außerdem sieht das Add-on sonst wunderbar aus. Meiner Meinung nach würde ich schon fast für die Insel so viel Geld bezahlen, nein, natürlich nicht, aber Bohemian Active bietet einen damit wirklich sehr viel. Es ist also nicht im DLC-Paket dabei, sondern muss separat gekauft werden und kann jetzt endlich per Steam vorbestellt werden. Mein Interesse da an euch, wie gefällt euch das Add-on, was erwartet ihr euch vom Add-on, kauft ihr euch das Add-on, für die NATO-Task-Force wird es ein Pflichtkauf sein für zukünftige Missionen, denn auf Tanoa werden bestimmt viele Szenarien spielen, von daher mein Interesse an euch, wie geht ihr mit dem Add-on um, werdet ihr es kaufen, sagt es mir, mich interessiert es brennend. Gehen wir doch nun noch einmal auf einen Screenshot ein, dieser wurde von Carol gepostet, und zwar zeigt er ein Update des 3D-Editors, er postet eine Information, dass der E-Editor released ist und dabei zeigt er einen sehr, sehr krassen Bildschirmabgriff von der Insel Tanoa und dieser Bildschirmabgriff zeigt uns, dass wir extrem komplexe Waldlandschaften haben, mit sehr viel Vegetation, kaum Sicht nach vorne, wenn man den Screenshot anguckt und das Ganze sieht bezaubernd aus. Die Leute werden jetzt aber schon schreien, oh mein Gott, die KI wird damit nicht klarkommen, aber auch ich denke daran, dass Bohemian Interactive daran arbeiten wird, denn ein KI-Update ist definitiv erforderlich, wenn wir uns diese Landschaft angucken, ansonsten wird es ein einziges Moorhund schießen, aber ich denke, da wird Bohemian Interactive drauf und dran arbeiten und vor allen Dingen diese dichte Waldbesiedlung, diese Wald, der gibt mir persönlich schon sehr viel Inspiration und ich freue mich riesig auf diese Karte und ich kann mir da sehr viele Szenarien vorstellen, das Ganze sieht bisher jetzt schon sehr, sehr geil aus, Bohemian Interactive hat bis dahin sehr gute Arbeit geleistet, lohnenswert auf jeden Fall, aber ein KI-Update muss also definitiv her, wenn das Ganze funktionieren soll, aber da vertraue ich BI einfach mal blind. Passend zum Eden-Update wurde jetzt natürlich ein neuer Wallpaper veröffentlicht vom Bohemian Interactive von Arma 3, dieser ist ab sofort auf der offiziellen Seite von Arma 3 erhältlich und sieht schon cool aus, ist so eine Spiegelung aus Schlachtfeld und dem Eden-Editor, man erkennt es ganz gut hier im unteren Teil, diese Variablen, beziehungsweise die Höhen und die verstellbaren Eigenschaften, die wir hier einstellen können, der Screenshot ist sehr gelungen, sieht sehr schön aus, was haltet ihr von dem Screenshot? Ich finde auf jeden Fall, er sieht ziemlich geil aus. Auch in die Arma News verfasste sowas, und zwar wurde jetzt ein Arma 3 Megazord gearbeitet, ein Transformers wurde geupdatet, ein Transformers hinzugefügt mit Arma 3, mit dem Eden-Editor, das sieht sehr, sehr cool aus, der Screenshot allein von Fahrzeugen, von den C-Sets wurde das hinzugefügt, sehr schön anzusehen, natürlich ein Funfact, nicht wirklich relevant, aber schaut schon ziemlich cool aus. Eine kleine Randinformation hier, ihr habt das vielleicht vorhin schon gesehen, und zwar befindet sich Arma 3 momentan nur noch für heute, wenn der Release der News ist, im Update, ich kann euch jetzt empfehlen, Schlag jetzt zu, Arma 3 gibt es jetzt für 21,49 Euro, ihr könnt es auch zusammen mit der Apex Edition kaufen, spart damit nochmal Geld, und ihr könnt auch das Arma 3 DLC Bundle günstiger kaufen, was ich euch sehr empfehle, weil sie einige nützliche Sachen empfiehlt, enthält vor allem das Marksman DLC, sehr cool, auch hier ist natürlich das Ermessen in euch, ich empfehle euch alles zu holen, weil ich es auch selbst habe, und Arma 3 damit so ein bisschen fördere, und außerdem stimmt der Content, gut, darüber kann man sich streiten, weil das sind ja nur DLCs, aber ich denke, mit dem Apex Add-on wird der Content auf jeden Fall stimmen, das haben wir ja schon bereits angesprochen, wer noch nicht Arma 3 hat, sollt ihr jetzt zuschlagen, denn jetzt gibt es Arma 3 Apex Edition, direkt mit Arma 3, der Apex, mit dem Apex Add-on, zusammen für 47,99 Euro, wer günstiger kriegt, man ist nicht aktuell, und wird es auch nicht so schnell aktuell günstiger bekommen, wer nicht hat, der sollte jetzt zuschlagen. Schauen wir uns doch nun die Community-Projekte an, und zwar die Insel Isla Abramia, haben wir bereits einmal angesprochen, diese sollte eigentlich in dieser Woche bereits erscheinen, beziehungsweise in der letzten Woche, ich weiß nicht, ob sie Montag bereits released ist, aber ich denke, diese Woche wird sie kommen, ich habe gelesen irgendwo, dass es noch technische Probleme gab, dass man daran arbeitet, aber das Ganze wohl bald gefixt sein wird, und also Isla Abramia steht kurz vor den Releas, hier nochmal ein Dankeschön an Arno, der mir das Ganze zugespielt hat, hier bleibt noch abzuwarten, eine sehr coole Map mit Schneelandschaft, mit Waldlandschaft, also eine gute, gute Mischung in der Sache, mit Bergen, mit Militärbeißen, also hier gibt es sehr, sehr viele interessante Sachen, eine sehr schöne Map, sehr geil anzuwenden sehen, und das Opening-Event hat auf jeden Fall schon stattgefunden, deswegen kann es nicht mehr so lange dauern. Werfen wir einen ganz kurzen Blick auf das Arma World Event, ein Rückblick, dieses war sehr cool, eine TVT-Mission mit 100 Spielern, inklusive internationalen Klan, einem polnischen Klan, das war ein echt geiles Match, das Ganze wurde gestreamt von Smart Tactics, den kommentierten Livestream kann man sich anschauen, das war eine sehr, sehr gute Arbeit, Smart, und ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen, an diesem Event mitzumachen, ich freue mich auf das nächste Event, diese Events finden viermal im Jahr statt, von Arma World, Arma World eine deutsche, große Arma Community, in der ich selbst sehr aktiv bin, ich kann es euch nur empfehlen, da gibt es auch Freelancer Slot, für Leute, die nicht in einem Clan sind, die mal mitspielen wollen, einfach regelmäßig reinschauen in das Forum, und vielleicht den Stream von Smart Tactics erneut ansehen, wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, ich kann es empfehlen, sehr geile Arbeit, sehr geiler Stream, sehr geile Mission, und vor allem ein sehr geiles Team, in dem ich war, ich war in den Zivilisten Slot, ein Missionsschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschl einen Reporter sehen, der ich war, in dem Fall ein sehr cooles Event, danke dafür, gerne wieder. Schauen wir uns allerdings ein weniger schöneres Thema an, zumindest für einige Leute, vielleicht vor allen Dingen Mod-Entwickler, und zwar geht es um monetarisierte Server von Arma 3, das bedeutet für die Leute, die nicht wissen, was ich meine, Leute, die sich quasi Server, die sich erlauben, beziehungsweise einstellen, dass man, wenn man spendet oder gewisse Geldbeträge dazu gibt, besondere Vorteile erlangt, spezielle Waffen und so weiter und so fort, dabei werden auch oft Mod-Waffen vergeben und das finden die Modder natürlich an und für sich nicht cool, wie das Red Hammer Studio in dem Fall, und die RS Mod sagt ganz klar, monetarisierte Servers sind nicht erlaubt, sie wollen nicht, dass ihre kostenlose Mod bereitgestellt wird für Bezahlung, das ist Quatsch, das soll nicht sein, und ich bin der Meinung, da gibt es eine sehr heikle Diskussion, auch im Arma Word Forum, da gibt es einige interessante Sachen und ein kurzes Feedback darüber, dass die Mod-Entwickler wirklich sehr viel Zeit in diese Projekte stecken und das Ganze für umsonst machen, das Ganze einfach nur anbieten kostenlos und sich gewisse Leute, vor allen Dingen Exil und altes Live-Server, Entschuldigung dafür, das soll kein persönlicher Angriff an die gesamte Community sein, sondern nur ein kleiner Denkanstoß und ich weiß, eventuell habe ich jetzt hier einige Hate-Kommentare, aber das Thema finde ich sehr wichtig, das Ganze ausnutzen und sozusagen Spezialattribute, Spezialwaffen vergeben, um diese dann kostenlos, also kostenpflichtig zur Verfügung zu stellen und das ist natürlich nicht im Sinne der Mod-Entwickler, die finden das nicht ganz cool und das kann ich auch irgendwo verstehen, dass der Server da nicht bereitgestellt wird. Selbst wenn es Arma mittlerweile erlaubt, dann sollte man das Vanilla-Zeug anbieten, ganz klar, aber Mod-Waffen, sollte man sich vorher auf jeden Fall erkundigen und da ist mein Tipp an euch, wenn ihr sowas macht, erkundigt euch vorher bei den Mod-Entwicklern, wie die dazu stehen, denn ich glaube auch, das kann rechtliche Konsequenzen haben, wenn es hart auf hart kommt, denn ihr macht nichts anderes als quasi anderes Gedankengut, so ein bisschen weiter zu verkaufen, was nicht euch eigentlich gehört, auch wenn natürlich ein Server viel, viel finanzielle Kosten hat, wir merken jetzt auch im Klaren, muss man schauen, wie man das stemmt, ich denke, da sind die monetarisierten Server mit Mod-Waffen die falsche Art und Weise, aber da kennen sich Server-Admins besser aus, wir selbst haben das im Stab aufgeteilt bei uns, bei uns gibt es auch keinen Mitgliederbeitrag, aber hier muss auch die Community selbst so ein bisschen lernen, ich glaube, mit diesem monetarisierten Server befinden wir uns in der Anfangsphase und das wird momentan etwas ausgetestet, mal sehen, wie sich das entwickelt, ich werde das Ganze verfolgen, mich würde es interessieren, wie ihr zu dem Thema steht, monetarisierte Server bei Arma 3, ob ihr es cool findet, wenn man sich Waffen kaufen kann, quasi für Echtgeld, wie ihr zu dem Thema steht, ich persönlich halte ja nicht viel vom Pay-to-Win, aber ein bisschen geht es ja damit in die Richtung und ich sage mal so, die meisten Mods akzeptieren das auch nicht, die wollen das auch nicht und die verbieten das auch und trotzdem wird es gemacht, wie steht ihr zu dem Thema, schreibt es in die Kommentare und ich hoffe, ich kriege nicht zu viele Hates. Schauen wir uns doch ein weiteres interessantes Thema an und zwar Ace 3, wir werden wahrscheinlich bald das Fast Roping wieder dazu bekommen, das sieht zwar ein bisschen aus in den Post-Beschreibungen wie eine Refueling, also ein Wiederauftanken, aber das wird wohl Sarkasmus oder Drawling sein, denke ich, denn das sieht ziemlich danach aus, als ob wir uns bald wieder abseilen können, das dürfen wir also in eines der nächsten Ace-Updates erwarten, das ist sehr, sehr cool. Werfen wir nun noch einmal einen Blick auf meine Steam-Gruppe und dieser Link ist natürlich auch in der Beschreibung und zwar geht es um die Community-Events, ich habe ja regelmäßig Community-Events und biete diese sozusagen, dass ich mit euch zusammen spiele, dabei streame ich auch meistens, der nächste Stream wird am Sonntag sein, genau wie das nächste Community-Event diese Woche und zwar geht es um eine Bundeswehrmussion in Turkestan, ich hoffe, sie wird euch sehr viel Spaß machen, das Ganze wird wie gesagt auch gestreamt, diesmal testweise das erste Mal auf YouTube, das wird ein YouTube-Stream-Test sein, mal sehen, wie es von der Performance passt, ob es dabei bleibt, blurt, weiß ich nicht, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das laufen wird, ich hoffe, wenn ihr vielleicht nicht mitmachen könnt, schaltet ihr den Stream ein, ansonsten sind noch Slots frei, einfach in der Gruppe anmelden, mir Bescheid geben, sich einslotten und dann kriegt ihr, wenn ihr das Preset noch nicht habt, das Preset von mir. Ich werde nochmal in der Übersicht, werde ich nochmal ein Thema aufmachen, wo ihr das Ganze seht und verwalten könnt, wo ihr sozusagen seht, okay, die Server-Daten und die Download-Daten auf einen Blick, damit ich da nicht so viele Fragen beantworten können muss und damit könnt ihr auch jederzeit losjoineln bei Events, mitmachen, wenn welche sind und dafür empfehle ich euch, checkt immer die Termine in den Gruppen, denn Events kümmere ich, kundige ich immer in der Gruppe an und Slotten tut ihr euch einfach wie der liebe Tänzer, der hier die 7 genommen hat, den ich dann aber auf einen anderen Slot gesetzt habe, weil ich mit ihm gesprochen habe, seinen Wunschslot vergeben habe, also hier einfach anmelden, wenn ihr Bock habt zu spielen, hier gibt es keine Mindestanforderungen und das ist auch kein Clan-Beitritt, ihr könnt also als freier, sage ich mal, Arma-Spieler mitmachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr teilnehmen würdet, ich sage mal so, gehen wir weiter. Gehen wir nochmal ganz kurz die NATO-Taskforce an, denn ich habe letztens die Frage nochmal bekommen, ja, wir hatten einen Domain-Wechsel, ich habe es bereits mehrfach in der Arma-News angesprochen, und zwar sind wir von der .de-Domain auf die .com-Domain gewechselt, das ist bitte zu beachten bei dem Ganzen und wichtig für euch, wir suchen weiterhin Mitglieder, wenn ihr 16 Jahre seid und Bock auf taktische Spiele habt, ich empfehle euch hier vielleicht auch meine Playlist-Missionsmitschnitte, je nachdem, ob das was für euch ist, dann würden wir uns über eine Bewerbung von euch freuen, ihr solltet natürlich ein Headset haben, ihr solltet menschlich korrekt sein, und wie gesagt, das Mindestalter ist 16, die taktische Erfahrung spielt damit keine Rolle, denn ihr werdet von uns sowieso immer wieder ausgebildet. Sind wir auch schon durch mit dem Video und hatten heute sehr viele Themen, die NATO-Taskforce, das Arma 3-Event von Arma World, wir haben viel über Arma gesprochen, über das Add-On gesprochen von Arma 3, und ich würde sagen, mit diesen Worten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ansonsten vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht habt, und ich würde mich freuen, wenn ich euch bald wiedersehe, bald gibt es auch neue Video-Formate auf meinem Channel, ich arbeite daran, dass es nicht nur den Editor gibt, doch momentan gibt es viele Themen, die ich dort beantworten muss, und deswegen gibt es natürlich auch eine erhöhte Anzahl von Let's Creates und Editor-Tutorials, einfach um die Fragen zukünftig zu beantworten, und es mit den Leuten der Community einfach deutlich einfacher zu machen, mit diesen Worten verabschiede ich mich, denkt daran Leute, ihr seid die Besten, kein anderer, ich freue mich auf bald, bis bald, euer Martin, tschüss.